Es ist natürlich schön für die Kapitalistensau des Monats Februar, wenn sie die Kapitalistensau ist. Aber wie fühlen sich die anderen? Wie fühlen sich diese Plätze 2 bis 8? Ich meine, kommt man da nach Hause, sagt es zu seiner Frau, Schatz, ich habe Platz Nummer 5 gemacht. Mit breiter Brust und geblähten Segeln, volle Fahrt in die Sackgasse der Bedeutungslosigkeit. Ich weiß nicht, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Und ist das nicht die Plätze 2 bis 18, dass sich dem Untergang geweihte kreative Konkursmassen, man weiß es nicht. Und wenn Sie sagen, ich bin mehr so drauf, ich möchte gerne, dass alle gleich viel kriegen, ich kann mich sowieso so schlecht entscheiden, dann schmeißen Sie einfach Ihr Geld in Sparschwein Nummer 9 und das wird zu gleichen Teilen auf die Künstler aufgeteilt.